Heute seht ihr die besten Momente aller Zeiten. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's! Hallo! Roxo? Ich bin jetzt einfach mal reingekommen. Bist du hier irgendwo? Bist du hier? Was für dich hier? Sag mal... Ey! Ey! Sag mal! Ey! Sorry, ich wollte dich da jetzt nicht stören, tut mir leid! Nur weil ich meine Tür nicht abgeschlossen habe, heißt es nicht, dass man automatisch reingehen darf. Ja, ist ja gut, okay, aber sag mal, was ist mein Friseur oder was? Ja, ich hab mir eine Glatze geschnitten, ist das so schlimm? Nee, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Aber pass auf, weißt du, was wir heute vorhaben? Was denn? Mir hat jemand gesagt, es gibt eine neue Militärbasis in Hobby Life und da werden wir heute hinfahren. Okay, 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 finde ich cool, finde ich cool. Ich muss sagen, hol dir das Raketenauto, weil das cool aussieht. Ich wollte ihm mit meinem Raketen vor den Kopf. Ja? Oh Gott. Also, entspann dich, du weißt doch noch gar nicht, wo wir hin müssen. Nee, das stimmt, das musst du mir sagen, da hast du recht. Okay, pass auf, pass auf. Also, folgt mir einfach, ja? Ist okay. Okay, sehr gut. Oh, hier rechts der Zug, schaffe ich drüber zu springen? Oh, oh. Oh, oh. Alter, ich bin im Baum. Ja, das war sogar der richtige Weg, du bist hier sogar lang. Ja, guck mal, wusste ich. Hey, guck mal, hier. Hä? Müll, Gabelstapler. Noll. Oh mein Gott, okay, okay. Okay. Sag mal hier, das sieht ja auch wild aus, ne? Das sieht auf jeden Fall echt wild aus, das stimmt. Eine riesige Bahn rüber, sag mal. Lol. Lol. Okay, okay, alles gut. Aber, nein. Nein. Okay, alles gut. Alles gut. Nein, ich hänge fest. Ah! Warte, ich bin hier. Alles easy. Ich bin hier. Hier, guck mal. Ich bin hier. Naja, alles entspannt. Ja. Aber pass auf, wir müssen da links, du siehst ja oben die Schneeberge. Ja. Da müssen wir heute hin. Ich habe gehört, dass da irgendwo eine Militärbasis sein soll. Okay. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, ja. Wir können ja, ach guck mal, hier ist sogar eine Loopschau. Wollen wir den nehmen? Oh, oh, den können wir gerne nehmen. Den können wir gerne nehmen, den Hubschrauber. Aber lass mich fliegen, okay? Oh, okay. Oh, du hast doch auch ein Selbstreckser. Natürlich, natürlich. Oh, okay, okay. Okay, okay. Okay. Oh, nein. Ey, wenn du nicht wie so ein Blocktopter fliegst. Ey. Kaspar. Yo. Ich bin safe. Ich bin hier oben gelandet. So bist du. Ich bin, oh Mann, oh. Boah. Alter. So, steig ein. Aber du musst hinten, drück mal hinten auf den Kopf. Du musst nämlich in den Kofferraum. Okay. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Mag ich. Warte sowieso. So, hier. Zack. Rein mit dir. Ich mache auch zu. Mach zu, mach zu, mach zu. Ich habe hier auch gut fest. Sag mal, also meine Hand, die lässt sich gar nicht mehr. Ja. Hilfe. 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 Oh Gott. Ah. Geh die Klappe auf. Ich muss die Klappe aufbauen. Ah. Was machst du denn? Sag mal. Du kannst nicht mehr fährt raus. Tut mir leid. Okay. Ich bleib mit dran. Wuhu. Wuhu. Oh. Hier ein Polizeiauf. Wollen wir das nehmen? Stimmt. Oh. Ich klaue dir das am besten. Einfach mal. So. Abfahrt. Fahr los. Die Alarmlage. Verdammt. Verdammt. Fahr schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Bleiben Sie stehen. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Hier oben soll das irgendwo sein. Da fällt mir gerade ein. Da ist doch noch dieses Müllmonster. Das müssen wir auch noch mal zu Ende füttern. Ja. Das können wir auch noch mal machen. Haben wir auch noch. Genau. Haben wir auch noch. Das ist ein Müllmonster. Hier. Oh Gott. Hier lang. Oh Gott. Hier hätte ich hochgemusst. Das merke ich. Oh. Oh Gott. Der Schnee ist ganz schön tief. Oh. Das ist echt. Alter. Wie tief. Alter. Der Schnee ist ja übertrieben tief. Ja. Aber ich wühle mich hier durch. Oh Gott. Hier hätte ich nochmal hochgemusst. Glaube ich. Oh. Was ist das hier? Das ist eine Schlittenbahn. Was? Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Da. Da. Nein. Komm. Einfach rein. Einfach rein. Okay. Bist du ready? Wuhu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo. Okay. Weiter. Kaspar. Oh mein Gott. Halt ruhig. Halt ruhig. Oh mein Gott. Das ist ja richtig cool. Halt dich gut fest. Ich wusste gar nicht, dass hier sowas ist. Ich auch nicht. Halt dich gut fest. Ich halte dich richtig gut fest. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Aua. Okay. Okay. Also war nicht schlecht. Wuss ich sagen. War Sprecher? Das war schon. Das war schon ziemlich wild. Jetzt müssen wir zurückgehen. Na toll. Jetzt müssen wir laufen. Hier hinten ist ein Auto. Da sind die Spuren. Oh komm. Rein hier. Rein da. Und dann würde ich sagen. Auf. Hä? Wo ist denn das Auto? Meinst du wir können mit dem Polizeiauto da runterfahren? Ja. Probier mal aus. Steig ein. Hey. Das rutscht ganz schön schnell. Oh mein Gott. Kaspar. Oh mein Gott. Was passiert hier mit dir? Oh mein Gott. Junge. Ey das ist viel zu schnell. Kaspar das ist viel zu schnell. Oh mein Gott. Ich habe nicht so schnell. Das ist viel zu schnell. Oh mein Gott. Okay. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Alles gut. Okay. Wir müssen jetzt da hin wo wir hinwollen. Da müssen wir jetzt hin. Wir müssen jetzt da hin wo wir hinwollen. So komm. Abfahrt. Siehst du was ich sehe? Oh ja ist es. Einfach eine Militärbasis. Was? Okay komm wir sind von der Polizei. Der lässt uns ja wohl rein oder? Ja. Korrekt. Wir haben hier noch mal. Neue Fahrzeuge. Neue Flugzeuge auf. LoL. LoL. Oh mein Gott. Guck mal was hier noch ist. LoL. Hier sind Jeeps. Echt? Ja guck mal. Hier haben wir doch erst den GTA 5 getunt. Stimmt. Stimmt. Genau das Ding. Ja. Steckt die Folge auf jeden Fall aus. So. Ey wir haben jetzt hier so Flugzeuge? Ja. Warte mal hier ist so ein Turm da hinten. Komm mal mit. Stimmt. Alter. Können wir da reingehen? Guck mal der raucht hier so eine Pfeife. Oha. Ich glaube da können wir rein oder? Ich hoffe. Okay geht das? Ne ne geht nicht. Geht nicht. Hier unten ist es eine Seilbahn und Katapulten und alles. Wie? Okay komm ich rede mal mit dem. Was sagt er denn zu uns? Oha. Oh okay er will anscheinend ein Flugzeugrennen machen. Dass wir ein Flugzeugrennen machen. Wollen wir das machen? Wenn du dich traust gegen mich ein Flugzeugrennen zu machen? Wollen wir mal 100 Euro in den Topf werfen oder was? Okay. 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 Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie fliegt man eigentlich? Abfahrt. Wie fliegt man eigentlich? Wie fliegt man? Auf. Wie fliegt man? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Es geht hier um 100 Euro gerade. Warum bist du vor mir? Weil ich Windschatten. Was weiß ich wieso. Wie Windschatten? Ich bin noch hinter dir. Ich bin besser. Du bist zu früh gestartet glaube ich. Ne. Ich bin noch ein bisschen gerollt weißt du? Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt geht es richtig tief runter gleich. Oh. Oh. Perfekt. Hassbar hau ab. Du holst ja richtig auf. Hey. Du drückst mich weg. Oh Gott jetzt wird es ein bisschen interessanter hier. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ich sehe gar nichts mehr von deinem Ding da. Ey hau ab. Oh mein Gott. Das sieht so aus als würde ich das hier Geld verdienen. Oh. Hau ab jetzt. Jetzt nicht so unsportliches Verhalten hier. Ey. Nein. Oh ja. Alles gut. Ja. Ja. Sag mal holst du auf oder was? Ja. Du lässt mich nur nicht vorbei. Oh Gott das war knapp. Ey. Sag mal. Du bist voll gemogelt. Du bist voll gemogelt. Was für gemogelt. Du rammst dich doch auf. Ich mogel gar nicht. Du hast gemogelt. Ich habe gar nicht gemogelt. Gemogelt hast du. Hallo. Du mogeline. Ich war nicht. Junge. So. Das ist das Ziel. Nein. 100 Euro. 100 Euro. Nein. 100 Euro. Nein. Nein. Ja. Nein. Ey. Das war unfair. Ah. Ey. Warte mal. Kaspar. Kaspar. Was ist denn hier los? Was ist da? Guck mal. Hier ist eine Riesentür. Hä? Oh mein Gott. Kommt bald steht da. Wird wohl bald aufgemacht? Oh was da wohl hinter ist. Oh mein Gott. Das muss wohl richtig heftig sein. Da bin ich gespannt. Okay komm. Wir fliegen hier mit dem Bundeswehrhelie ab. Neh mich doch mit. Hau ab. Neh mich doch mit. Also. Du willst es so? Okay. Du willst es so? Du bist doch nur traurig, dass du eben... Du bist ein... Oh nein. Oh ich bin... Alter. Kaspar. No. Ey wo ich hier hinfliege. Komm mal her. Ich bin jetzt in so einer Kanone geflogen. Komm. Geh mal rein da. Da drin sind Leckerlis versteckt. Geh mal rein. Oh. Da drin ist ganz viel Geld versteckt. Oh. Komm. Geh mal rein da. Oh. Ich bin auf dem Weg. Ich bin nicht so schnell wie du. Naja. Ja okay. Ich kann nicht so mal eben wegfliegen. Ja das war ja auch nur deine Schuld eigentlich. Wenn da jetzt keine Leckerlis drin sind bin ich sauer. Ich guck jetzt mal. Und. Da ist doch irgendwas. Ich schieße dich direkt zu deiner Villa. Ich kann nicht zu deiner Villa schießen. Da ist irgendwas. Los. Hey. Ja ja das ist Leckerlis. Wow. Ey. Oh mein Gott. Hey nein. Oh. Ich hab überlebt. Töw wie. Okay ich komm auch. Ich schieb mich genau da gleich hin. Okay. Okay. Abflug. Ah. Kaspar. Ich fall nicht auf. Boah. Oh. Oh mein Gott. Nein. 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 Meinst du du schaffst es auf der anderen Uferseite? Ich versuch's dir gerade. Ja. Oh mein Gott. Es wird zu knapp. Oh mein Gott. Ich schaff's auf den Zug. Oh mein Gott. Ich schaff's auf den Zug rauf. Oh mein Gott. Ich schaff's nicht. Schade. Oh. Ich hab's rüber geschafft. Ich schaff's jetzt auch. Ich schaff's jetzt auch. Sehr schön. Sehr gut. Sauber. Ja. Das ist doch. Also das ist auf jeden Fall die nächste unbekannte Military Base gewesen. Bobsoff. Die muss ich auch sagen. Finde ich auch mega cool. Ich bin auch echt gespannt was hinter der Tür sein wird. Ich bin echt gespannt. Oh Mann. Bist du zu Hause? Hier unter den Achseln nochmal ein bisschen. Kaspar. Und hier auch nochmal. Hä? Wer ruft denn da? Bist du auf Toilette? Oh so. Mann da war wohl nix. Du bist am Duschen. Was soll das denn? Ich bin hier in Ruhe am Duschen. Raus hier. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Sofort raus hier. Sag mal. Ich will dich nicht stören. Alles gut. Nicht mal in Ruhe duschen Kammer. Hey. Was machst denn du hier? Alles klar bei dir? Was geht's? Ich hab was gesehen da hinten. Da müssen wir eigentlich hin. Da? Was ist da? Da hinten ist was. Da hinten ist was. Ich hoffe dir geht's gut mein Kollege. Ich hoffe alles gut. Ja mir geht's sehr gut. Schön dich zu sehen. Ja gleichfalls. Gleichfalls. Also du hast gesagt da hinten ist was. Was soll denn da sein? Sag mal. Ja also ich hab irgendwas nur gesehen. Da war ein Steg oder das Ding ist es gab irgend so eine Gerüchte von Leuten die gesagt haben da war so ein großer Fisch und ich weiß auch nicht Kaspar. Das hab ich auch gehört im Fernsehen. So ein 30 Meter Megalodon irgendwie so ein Ding oder sowas. Ich weiß mit so einem richtig großen Mund war das. Alter okay okay komm lass mal hinfahren. Der Typ der jetzt gesagt hat der war auch irgendwie ich weiß auch nicht der war ganz neben der Spur. So ich bin mal Beifahrer okay. Okay okay okay. Weißt du wo ich meine? Wer hast du hin? Zum Wasser irgendwo. Also ich weiß nicht. Du kannst fahren glaube ich oder? Ich glaube das Steuer ist auf der rechten Seite. Okay. Dann bist du mal los. Okay und los geht's. Also wir müssen erstmal. Kannst du mich auch erinnern wie wir hier damals bei dem Jahrmarkt waren? Alter das waren vielleicht Zeiten. Alter hat sich ganz schön was geändert in der Stadt. Ja ich war auch vorsichtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay okay warte mal warte mal. Ich muss erstmal gucken. Wir müssen nämlich wenn du M drückst und die Karte öffnest. Wir müssen nämlich zum Strand da hinten und auf die geheime Insel. Oh da ist ein Strand. Da ganz hinten ist eine geheime Insel und da soll angeblich dieser Megalothorn oder Bluf oder was auch immer das ist soll dort gesehen worden sein. Und den können wir heute angeln oder was den können wir heute fangen? Den werden wir versuchen heute zu angeln. Ich sag dir das ist ein Hafenrekord wenn man den fängt. Wenn nicht sogar Weltrekord. Das ist nicht nur ein Hafenrekord. Ich wollte gerade sagen das ist schon ein Weltrekord. Aber ist es nicht gefährlich? Weißt du was die Rieskatzfrage? Natürlich ist das gefährlich. Da muss man auch aufpassen. Die erste Frage die ich mir... Eis da unten. Ich hab Bock auf ein Eis. Hast du auch? Wir können Eis kaufen auf jeden Fall. Oh mein Gott guck mal. Eine riesige Hüpfburg. Und ey Fahrzeugehör. Und ich höre den Zug jetzt gerade. Das ist ja richtig cool. Ich höre auch den Zug. Guck mal hier. Wow. Oh mein Gott das macht voll Spaß. Wie einfach wie bei... Oh warte. Boing boing. Oh ich kann doch testhalten. Wow danke. Du hast dich hier oben drauf geschleudert. Ehrlich? Was? Komm rauf hier. Komm rauf hier. Warte mal. Ich hole mal den Ball hier hinten. Genau hol mal den Ball. Okay. Bist du bereit? Ich schmeiße ihn hier mal zu. Und los. Okay das war nichts. Jetzt aber. Und. Nicht so toll. Wow. Das war schon ordentlich geworfen gerade von mir. Okay okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und. Ja. Ich komme nicht ran. Der Ball hat mir ab. Ich habe ihn. Nein gib mir bitte. Gib mir den Punkt. Der Ball zurück. Was für die Tasche haben wir hier. Das ist auf meinem Kopf hier drauf. So da wird jetzt Lupe. Dass sie den Ball bekommen. Okay also das Ding ist. Lass mal hier ganz kurz ein Eis kaufen. Ja das ganze Spielen macht mich nämlich auch durstig. Deswegen habe ich Bock auf einen Milchshake oder sowas. Ich hoffe das gibt es hier. Also pass auf. Ich kaufe jetzt mal ganz kurz hier. Hä? Hä? Oh mein Gott. Ich wollte da gar nicht einsteigen. Ich habe 46 Dollar. Ich glaube ich hole mir. Ich hole mir den Schokoladen Lolli. Mit Streuseln. Mit Streuseln. Oh mein Gott. Kannst du mir auch eins kaufen? Ich habe glaube ich genießt ein Perfekt dabei. Nein. Nein ich bin egoistisch. Na gut. Okay. Jetzt ist mein Eis vor der Sand. Ey das willst du haben? Ja na toll. Oh ein Erdbeer. Eine Kirsche. 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 Komm schon. Ich will ein leckeres Kirscheis haben. Kirscheis. Okay. Ich glaube das hier sollte es ungefähr sein für dich. Oh lecker. Danke. Du schuldest mir 10 Dollar. Die musst du mir später noch zurückzahlen. Na gut. Mach ich. Versprochen. So. Das war lecker. Boah. Das hat echt viel gespürt. Okay dann. Wo ist denn hier der Bloop? Wo ist denn der Bloop? Pass auf. Ich sehe hier gerade was. Pass auf. Wir müssen hier rüber auf diese geheime Insel. Und auf der anderen Seite davon ist dieser komische Hafen. Aber wir kommen halt nicht rüber ohne Boot. Das ist das Problem. Lass doch die Jetskis einfach nehmen oder nicht? Die gehören uns aber nicht Bro. Dann sind die geklaut. Aber ja können wir machen. Ja aber dann machen wir es so. Das hat keiner. Oh mein Gott. Dann darf uns aber keiner erwischen. Und los. Oh mein Gott. Wie lenkt man denn so ein Teil? Ich zieh durch. Du musst mich mitnehmen. Du musst mich mitnehmen. Was machst du denn Alter? Meiner ist kaputt. Ne der war nicht kaputt. Das ist voll einfach das zu lenken. Okay. Ja ich bin zu schlecht gewesen. Tut mir leid. Okay und los. Ich halte mich gut fest. Okay du musst sagen. Ja weiter rechts. Wir müssen irgendwann. Da muss irgendwo so ein kleiner Gleiter sein am Hafen hier. Oder am Strand. Und den müssen wir nehmen gleich. Ich sehe doch ein Angelsymbol auf der Karte. Das ist äh. Ja genau da müssen wir hin. Zum Angelsymbol. Angelsymbol. Aber ich kann es nur sehen wie die Karte kleines. Ja okay. Nein nein rechts weiter. Rechtsrum. Ja ich habe so lange. Da sind auch noch mal andere Boote. Ja die nehme ich. Ich schnappte lieber hier aus dem Boot. Ich behalte mein Jetskis. Ja. Mein Jetski ist viel. Ja warte. So habe ich den Sprung. Ja musst du es schaffen. Ja. So vielen Dank. Und wie auf geht's. Alter hier sind die Gleiter. Das sind die die ich meinte. Die brauchen wir oder was? Ne die bräuchten wir nicht. Aber wir könnten die mal ausprobieren. Du bist ja auch schon länger nicht mehr geflogen. Deswegen ja. Immer nochmal probieren. Sollen wir die Dings oder was? Komm. Komm lass die nehmen. Lass die nehmen. Wir schnappen die. Oh. Das sieht eben auch cool aus. Mein Jetski ist fast an Land gegangen. Das sind da für komische Pflanzen da im Wasser sag mal. Können wir damit jetzt zur Angeln hinfahren? Genau. Das regnet. Iiii. Das sieht ja richtig eklig aus. Mach ganz ruhig da. Das ist jetzt nicht das optimalste. Was machst du? Ich hab's. Wow. Oh mein Gott. Ich hab's. Ich bin in der Luft. Du bist du? Ich komme. Ich komme an Fliegen. Du musst hochgucken. Immer W drücken. Dann kommst du nach oben. Und dann musst du immer dahin gucken. Okay. Ich bin hinter dir. Okay. Du musst mir hinterher fliegen. Wir fliegen hier um die Koffer rum. Ich flieg da ein Symbol hinterher. Man sieht echt gar nichts mehr. Weil da der Regen ist. Das ist mega schwer. Der Bloop hat das hier organisiert oder das? Das hält eine Rakete und so Hubschrauber. Ja. Ich weiß auch nicht genau. Was ist das? Das muss mit diesem Megalodon mit dem Bloop zu tun haben. Oh mein. Oha. Was? Wir sind gleich beim Angeln-Symbol. Wir sind gleich beim Angeln-Symbol. Hier runter, hier runter, hier runter bei mir. Anhalten. Ja. Und bremsen. Ja. Ich hab's. Wo kommst du? Oh mein Gott. Oh. Was machst du? Aua. Sag mal. Ich bin im Wasser gelandet. Geh schnell raus aus dem Wasser. Geh schnell raus. Ah. Ey. Das ist noch. Ey. Der kann nicht schwimmen. Der guckt gerade komisch. Nein. Ich bin hier bei dir. Ey. Wir haben ein Wasserflugzeug. Damit müsst ihr euch später abhauen. Oder vielleicht sogar den rausziehen. Den riesigen Fisch. Ich würde sagen, mit dem Ding hauen wir auf jeden Fall ab. Das wird euch mehr Sinn machen. Also pass auf. Du siehst es vielleicht schon. Hier ist diese Fischerhütte. Und hier ist auch dieser Typ. Mal gucken, was der sagt. Okay. Warte. Jetzt können wir. Er sagt. Okay. Hier können wir anscheinend alle Fische hinbringen. Und er wird dafür uns anscheinend Geld bezahlen. Oder was? Ah. Okay. Hallo ihr beiden. Habt ihr auch von dem riesigen Bloop gehört, der hier sein Unwesen treibt? Was? Hä? Von dem Bloop? Was soll das denn für einer sein? So ein gruseliges Monster oder was? Wie meinst du das? Das ist der riesige 50 Meter lange Fisch, der jeden auffrisst. Oh. Oh. Oh mein Gott. Können wir den fangen? Oder wieso bist du hier? Können wir den fangen? Wieso können wir den fangen? Ja ihr beiden. Ihr müsst nur eine Angelausbildung dafür machen. Oh mein. Okay. Eine Angelausbildung? Wie kann ich das? Also ich bin echt ein Noob-Angler. Deswegen ist es glaube ich nicht schlecht, wenn wir das mal ein bisschen kriegen sollten. Gehen wir hier zu dem hin rein oder was? Ähm, hallo? Ja er sagt hier, ach da können wir Angelausrüstung kaufen bei dem. Hier ist ein Fischbuch. Guck mal hier ist ein Fischbuch. Zeig mal. Ist da der auch drin? Der Bloop? 47 Fische. Oh mein Gott hier sind ganz viele verschiedene und ich glaube hier ist auch irgendwo der Bloop drin. Hier muss der irgendwo drin sein. Der muss da ja safe drin sein. Ich kann leider nicht drauf zugreifen. Aber guck mal. Wenn wir mit dem Typen hier reden. Der sagt einfach wir können den Job annehmen. Was können wir bei dem machen? Wir können hier einfach bei dem ne Angel kaufen. Ich würde was sagen. Also guck mal. Er sagt jetzt allererstes, soll man ins Boot reingehen. Ne, noch nicht. Noch nicht. Dann sagt man, soll man einen Fisch suchen und dann noch mal auf den Fisch angeln. Ja. Okay, okay. Bist du bereit dafür? Hättest du Lust? Äh, ja dann kommt mir das aufs Boot. Und los geht's. Okay. Fünf Fische sollen wir. Fünf Fische. Schnell mit dem Boot raus erstmal. Wie er gesagt hat. Mit dem Boot raus. Okay, ich fahr. Ich fahr. Okay, warte. Ich geh an die Angel. Ich geh an die Angel. Ja, ja, okay, die Ausbildung. Wo glaubst du sind gute Fischgewässer? Ich glaub noch nicht hier. Hier ist noch keiner. Locker hier im Tiefen. Das ist ein Mondfisch. Das ist nicht von hier. Warte mal. Was? Wo ist ein Mondfisch? Ich fahr neben den, dass du den angeln kannst. Warte. Äh, so. Ich mach mal einen Angel rein. Du hast was dran, oder? Ehrlich? Ne, ich hab die. Ich hab alles so. Probier noch mal. Und schmeiß rein. Ich hab drin. Ich hab drin. Halten, halten, halten. Da kommt glaub ich jemand. Irgendwer kommt. Was? Ja, du hast was dran. Los. Oh, wie mach ich das am besten? Reinziehen. Längstig, längstig. Weiß ich auch nicht. Los. Ich weiß auch nicht. Was machst du? Keine Ahnung. Okay, ich schmeiß auch rein. Ich schmeiß auch rein. Der hat's gleich geschafft. So. Daher geht das. Jetzt. Ah, ich zieh. Rechtsklick machen. Okay, nein, warte. Wie muss man denn so? Entwisch mir. Los. Du schaffst es. Du schaffst es. Nein. Er darf die nicht abreißen. Er darf die nicht abreißen. Er ist mir abgerissen. Nein. Ich muss die Angel weiter ausfahren. Ich zeig dir mal, wie so ein richtiger Angelprofi das macht. Es ist nicht so einfach. Oh mein Gott, ich hab was dran. Guck mal, das Ding ist, wie macht man das? Ach, du musst gegenziehen. Du musst gegenziehen. Ja, ich mach's ja schon, aber... Ach, und dabei einholen. Aber das Ding ist unmöglich. Wie soll das denn gehen? Du hast recht. Warte. Hä? Ja, und los. Nein, und wieder weg. Geht gar nicht. Wir sind voll die Noobs. Wir sind voll die Angeln. Wieso soll das am besten gehen? Wir müssen, glaube ich, weiter raus. Die Fische sind zu einfach. Ja, ich glaube, dass die hier einfach... Ey, meine Angel! Ich fahr weiter aus. Oh mein Gott, jetzt... Oh mein Gott, okay, alles gut. Kein Problem, wir müssen jetzt hier... Den Bloop müssen wir jetzt hier fangen. Oh mein Gott. Den Bloop willst du direkt fangen? Du hast sie doch nicht mehr. Aber wie kann man jetzt... Also, was muss man am besten machen? Wir hätten uns vielleicht mal so ein Angel-Tutorial angucken sollen. Ja, ich glaube auch. Also, eigentlich muss man einfach nur so auswerfen. Zack, dann gedrückt halten. Nee, genau, links klick gedrückt halten. Auswerfen. Warten, bis was dran ist. Rechtsklick gedrückt halten, meinst du. Oder rechtsklick gedrückt halten. Und dann musst du mit dem Links einholen und dabei mit der Maus wegziehen vom Fisch. Damit er ja nicht zu dir kommt. Ich weiß, aber... Oh Gott. Dann musst du in die andere Richtung. Oh mein Gott. Musst du in die andere Richtung ziehen oder nicht? Ich mach's halt, ne? Aber... Nee, wenn ich einhole, dann wird der rote Kass oben schlechter. Immer abwechselnd. Immer abwechselnd. Nee, ach so, abwechselnd. Ach so. Warte. Warte, ich bin dabei. Hä, der entwischt mir. Komm, du kannst das. Du kannst das, ja. Ich bin gut gerade. Ich bin sehr gut. Er schafft's nicht. Er schafft nicht. Wie machst du das denn? Wie machst du das denn? Ja. Oh, ich hab ihn schon zur Hälfte. Lol, so geht das. Ich hab ihn schon zur Hälfte. Nein, er entwischt mir. Der will wieder irgendwas krasses. Und wieder zurück. Wieder einholen. Wieder einholen. Und nochmal, 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 nochmal. Einholen, einholen. Komm schon. Oh, das war fast. Los. Nein, der haut mir ab. Der haut mir ab, bro. Komm schon, ich hab fast einen. Der haut mir ab. Was macht der? Nein, der ist mir abgehauen. Ich hab ihn fast. Ich hab ihn fast. Komm schon. Komm, nochmal, nochmal, nochmal. Äh. Mann. Komm, da weiß doch jetzt was an hier bestimmt. Ein einerlicher Kampf hier. Ich sag's dir. Das muss irgendwas Großes sein dann. Der ist müde, glaub ich, bei mir. Ja, fast. Minimal. Na komm, na komm, na komm. Ganz, ganz wenig. Und jetzt, komm schon, komm schon. Ja. Die hauen mir immer ab, sag mal. Oh mein Gott, ich hab einen Aal gefangen. Was? Das ist so ein... Zeig mal. Wow. Was ist denn das für ein cooler Fang? Ich hab einen Aal gefangen. Alter, pack rein ins Wasser. Pack rein ins Wasser. Wir sind ins Wasser. Ja, da können wir doch reinpacken. Dann können wir ihn empfangen. Das ist doch das Netz. Das ist, wie das Netz? Hier rein? Und lassen wir den da frei? Ja, das ist nur Glas. Hä, das ist nur Glas. Was haben wirst du? Okay, also hier hast du schon mal einen Aal gefangen. Gut, nicht schlecht. Genau, ich würde den gerne zurückbringen, muss ich sagen. Ja gut, dann lass uns wieder zum Steg fahren. Ganz kurz gerne mal zurückbringen. Was der noch für Tipps auch für uns hat. Ja, der hat wahrscheinlich noch viel, viel bessere Tipps. So, ich packe mal. Guck mal auf jeden Fall Augen auf. Nicht, dass der, ich glaube, der Bloop ist wahrscheinlich nicht hier direkt am Fischerhaus. Nee, 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 nee. Vielleicht ist er auch die falsche Küstenseite. Weißt du, der hat ja gesagt, wir sollen jetzt mal ein bisschen hier. So, dann will ich mal meinen Aal hier abgeben. So, ich mach meinen Aal hier. Genau, nimm den mal. Und rüber hier. So. Und jetzt kannst du ihn aber hier reinwerfen. Schmeiß den mal rein hier. Reinwerfen, wo du ihm geben? Nein, reinwerfen. Einfach reinschmeißen. Und? Sicher? Ja, mach. Rein hier ins Rote. Nein, ich verkaufe ihn. Siehst du, verkauf. Sag mal. Alter, lass du ihn einfach. Wo ist er jetzt hin? Er ist weg, Edmund, Edmund, Edmund. Du hättest ihn noch reinwerfen müssen. Mann, du Depp. Komm her jetzt. Rein mit dir. Was machst du denn auch? Ey, ich bin doch kein Fisch. So, Mann, ey. Na, ganz toll. Hier hätte der reingemusst. Ach so. Okay. Okay, komm mal mit, komm mit. Ich hab eine Idee. Und zwar, der Bloop soll anscheinend... Er war ja nicht hier. Da wurde ja... Ich kann ja sagen... Anscheinend ist der nicht... Oh Gott. Wurde einer nicht gesagt hat. Wurde einer nicht gesagt hat. Wurde einer nicht gesagt hat. Oh mein Gott, Alter. Du bist ja völlig lebensmüde. Man kann ja keine 5 Meter weit gucken. Ich weiß, das ist grad ein bisschen gefährlich. Oh Gott, höher bitte. Bitte ein bisschen höher. Nein, wir sind auf einer guten Höhe. Ich hab Angst hier, sag mal. Kein Stress. Wir fliegen jetzt zu dem anderen Angelort. Weil das Ding ist, da sollte der Bloop anscheinend gewesen sein. Du musst nur die Augen aufhalten. Oh mein Gott, hochziehen. Was machst du? Du musst die Augen aufhalten nach Angeldingens. Nach Angelsymbolen. Ich seh ihn nicht, ich seh es nicht. Hier ist kein Angelhaken. Doch hier vielleicht? Hier ist es aus. Ja, 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 das sieht gut aus. Das ist hier, das ist hier. Alter, die Linie sind sogar schon voll die vielen Thunfische. Okay, warte, 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 warte. Okay, lande, lande, lande. Mach vorsichtig. Oh mein Gott, du fliegst ja wie ein Weltmeister. Ja. Aufgefärts, Chuck. Sehr gut, Alter. So. Oh, pass auf. Ich lasse exotiert hier. Hallo, ich bin Profi, immer mit der Ruhe, Kollege. Okay, okay, okay. So, raus. Oh nein. Oh nein. Nein. Ich bin, oh. Wieso kann man denn nicht schwimmen mit dem kleinen Ärmchen? Weiß ich auch nicht. So, okay, dann lass mal hingehen. Guck mal. Hier hat der Typ hier, was ist das für einer? Hallo? Hier ist ein Anker. Guck mal, mit dem kann man reden. Ehrlich? Lass mal mit dem reden, was sagt er denn? Okay, was sagt er? Egal welche Frage, Angeln ist immer die Antwort. Oh, okay. Was meint er damit? Ihr solltet vielleicht mal in euer Fischbuch gucken. Okay, komm mit, Kaspar. Ich habe jetzt hier vorne. Okay, ich komm, ich komm, ich komm. Hier haben wir auch viel bessere Boote, mit denen wir rausschwimmen können. Ja, zehnmal besser. Aber haben wir hier auch einen Anglerboot? Die ganzen Thunfische. Können wir die nicht einfach kaufen? Wir können ja Fische bei dem kaufen. Also, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Warte, aber hier ist doch eine Frau. Hier, guck mal. Hallo. Was sagt er denn? Bring mir jeden Fischchen, du willst, und du bekommst Geld dafür. Oh, gut. Also, pass auf, Kaspar. Wir nehmen jetzt hier das starke Angelboot. Von Käpt'n Blaubeer. Ja, ja. Ist hier auch irgendein Boot mit zwei Angeln? Hier ist nur eine dran. Da. Jeder eine. Dann jeder eine. Wir kommen jetzt hier. Okay, dann machen wir hier. So, wir haben ein neues Boot, neues Gebiet. Neues Boot, neues Glück, würde ich sagen. Und jetzt holen wir den Bloop, Leute. Oh mein Gott, ich bin gespannt, wie der aussehen wird. Ich sag dir, der wird auf jeden Fall, wir müssen dafür ganz weit rausschwimmen. Haben wir auf der Karte irgendwo einen Bereich? Ich habe mich gerade, wo das beste Gebiet ist, wo man angeln kann, ne? Ich weiß auch gerade noch nicht, ne? Da du das weiter draußen jetzt hier. Ich denke auch, das ist richtig weit draußen. Wo es tiefer ist. Ich habe so einen roten Pfeil markiert, da kannst du ja mal hinfahren. Vielleicht siehst du den ja auch. Der ist ja hinter uns, der Pfeil ist hinter uns. Achso, dann ist das ein anderer. Hier ist es viel tiefer. Hier macht es Sinn, dass hier der Bloop ist. Oh, Achtung, einmal ganz kurz. Oh Gott. Ich weiß also, ich habe das Angeln, den Dreh, würde ich sagen, aber noch nicht raus. So muss ich das nochmal... Hier steht jetzt sogar oben rechts auch, nicht mehr tropische See, sondern Tiefsee. Tiefsee. Ehrlich. Lol, das heißt, wir sind jetzt wirklich schon in so einem Gebiet, wo riesige Haie und sowas hier auch anbeißen können. Ich sehe auch ein paar Fische schwimmen, ne? Also ich würde sagen, hier... Noch weiter, noch weiter. Noch ein Stück vielleicht. Oder bleib hier zum Testen. Ein Stück noch, ein Stück noch und so. Okay. Oh mein Gott. Ich werfe meine Angel raus. Ja, ich schmeiße auch direkt mal raus hier. Wirf sie extrem weit raus am besten. Was muss ich jetzt machen, wenn der Fisch angebissen hat? Immer in welchem Fisch muss er ziehen. Immer so wieder halt, wenn du nach links bist, musst du nach rechts gehen. Wenn du nach rechts gehst, musst du nach links gehen. Okay, okay, okay. So, das heißt jetzt... So, okay, ich habe einen Fisch dran. Rechts. Oh, hier geblieben, Kollege. So. Oha. Er kommt zu mir, was muss ich dann machen? Er kommt zu mir. Ich habe meinen Dreck bekommen. Meiner kommt zu mir geschwommen. Du bleibst mal schön hier, Kollege. So, wieder hier holen. Ja, ich habe einen auch, ich habe einen auch. Ja, ich habe meinen. Nein. Nur Seetan. Zweimal. Das kann nicht sein. Deswegen war das so einfach. Das ist hier schlecht. Ich schwimme weg. Fahr mal ein bisschen weiter raus. Wir müssen, das Ding ist, um krasse Fische zu fangen, müssen wir, ich werfe meine Angel raus, weil ich glaube, es ist, die Taktik ist es einfach. So zu schleppen. Das, zu schleppen, aber jetzt sehe ich gar nichts, weil er jetzt natürlich genau in dem Moment rückwärts fährt. Oh, Mann, ey. Wo fährst du jetzt hin? Okay, aber jetzt hier. Ich würde ja sagen, jetzt hier ist gut, oder nicht? Okay, wenn du meinst. Ich fand es eben besser. So, mal gucken. Und hier schön, weißt du, an der Klippe auch und so. So, jetzt denkt er hier, dass es irgendwie so ein krasser Fisch ist. Stimmt, ich sehe es auch gerade. Okay, ich habe was dran. Das ging schnell. Okay, das sieht auch echt stark aus, muss ich sagen. Oh mein Gott. Einholen, oh mein Gott, ich habe den direkt. Nun, der hat noch einen Millimeter, nur noch. So, reinholen, und einholen, und. Ja, nein, schon wieder nur so sehgras. So, warte, meinas am Kämpfen. Das kann doch nicht sein, sag mal. Meinas am Kämpfen. Der möchte es haben. Oh, das heißt, da ist auch nicht was echtes dran, ja? Ja, auf jeden Fall ist da was echtes dran. Komm, 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 mach schön weiter, mach schön weiter, ja. Noch mal ein Stück, komm, hol ihn raus, das dinge Ding da. Fast. Ja, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Mann, ey, das kann nicht sein. Ja, jetzt nach links, nach links. Los, ja, und. Oh mein Gott. Millimeter. Komm, der hat keine Kraft mehr, der hat keine Kraft mehr, der hat keine Kraft mehr. Einholen, wow, was hast du da? Alter, was eine dicke Flunder. Ich habe einen Grouper geholt. Alter, ich sehe es, ein Hummer. Guck das mal an. Warte, ich sehe es gar nicht, ich bin hier noch am Angeln gerade. Okay, wir brauchen noch vier Fische, wir brauchen noch vier Fische. Stimmt, ja, und. Oh, jetzt habe ich den immer noch nicht, schade. So, und Angeln, ja, ey, nur Seetang. Ey, du, kannst du mal bitte ordentliche Sachen angeln? Alter, was ist denn das für eine fette Flunder von dir? Kannst du mal bitte mal ordentliche Sachen angeln hier, bitte? Ich würde gerne, ich hole dir die ganze Zeit immer nur so Seetang raus. Ah, ah, ist genau links. Wo geht denn jetzt hin die ganze Zeit? Ja, 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 ich hoffe, da geht man noch richtig weit nach unten und das Boot wird mitgezogen. Och, Seetang. Oh Mann, sag mal, das ist hier nicht der richtige Grund, habe ich das Gefühl. Nee, das ist hier nicht gut. Wobei, jetzt wackelt das Ding hier ganz schön. Komm schon, und einholt. Werfen wir den ganzen Rest hier runter. Ja, und reicht. Okay, rechts nach rechts. So, weg hier mit den Büschen. Los, 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 los. Du bist noch voll viel Seetang gefangen, Alter. Ist safe, safe, safe. Warte, warte. Und? Noch ein letztes Mal. Was ist? Was hast du da? Fast so ein Boot gefallen. Hast du auch mal ein bisschen auf da? Und? Hey, komm, Millimeter hat noch gefehlt da. Sag mal, was soll das denn? Los, komm raus hier, jetzt, los. Und einholen. Hey, hör auf damit. Der ist doch fast schon eingeholt. Hör auf. Hast du ihn? Der kommt hinterher, der ist riesig. Der reißt mir ab, wenn du so fährst. Weißt du was, Alter? Das finde ich echt unkrieg, dass du so machst. Hey, nicht. Wenn du jetzt so weitermachst. Wenn du jetzt so weitermachst, schweiß ich ihn vom Bord, deine Trophäe. Ich halte an, okay. Hier ist sowieso besser. Du hast eh wieder einen Seetang geangelt. Das ist ja das Ding. Nein, ich hatte so einen langen Kampf, das wäre locker kein Seetang gewesen. Das wäre irgendwas cooles gewesen. Nein, das wäre Seetang gewesen. Gar nicht. Guck mal, jetzt habe ich hier den besten. Was ist jetzt hier? Das war irgendwas. Bei mir kommt nichts. Bei mir kommt hier einiges. Ey, ich schwöre weh. Ich kriege hier schon wieder Seetang. Oh nein, das ist... Oh nein. Oh nee. Seetang, ja. Ey, das kann doch nicht sein. Habe ich das doch richtig gesehen. Sag mal so. Aua, hör doch mal auf damit, das auf mich zu werfen. Hör auf damit. Lässt du mal mit den Profianglern fokussiert angeln? Zack. Oh nein, was ist denn da? Ein Hai, ein Mini-Hai. Was? Hä? Guck mal, ein Baby-Hai. Oh mein Gott. Lass mal wieder zurückfahren. Lass mal wieder zurückfahren und die Fische abgeben. Okay, okay. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Jetzt haben wir wieder freie Sicht. Sehr schön. Ja, sehr schön. So, da vorne ist das Angel-Ding, ne? Oh, ich mach hier mal Klimmzüge. Ja, ja, gönn dir die Klimmzüge. So, ich bin jetzt hier schön auf dem Weg. Und nochmal, nochmal, nochmal. Ja, so. Und Nummer eins. Eins. Oh, ich schaff nur eins. Aua. Das hat weh. Irgendwann später. So, wir haben es fast geschafft. Aufwachen, Kaspar. Einmal aufwachen. Oh Gott, ich war, ich darf schlafen. Okay, ich guck mal hier vorne. Ja, ja, einmal hier schon anlegen das Ding. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, alles gut. Jetzt haben wir sogar zwei Boote von dieser Art. Okay, jeder nimmt seinen Fisch mit, ne? Genau. Mein Fisch ist viel dicker übrigens als deiner. Das ist viel cooler. Gar nicht. Sagt dir, meiner ist Hafenrekord. Pass auf. Und. Ah. Oh. Ey. Ja. Oh, hör doch auf da. Ja, der haut hier gleich noch ab hier. Und rein damit. Nein. Ich habe Geld dafür bekommen. Ich auch. Sehr gut. Aua. Ich habe einen ganz heißen Tipp. Ich habe einen ganz heißen Tipp bekommen. Wir müssen schnell in die Innenstadt fliegen. Da wurde der Bloop eben gerade gesehen beim Freizeitpark. In der Innenstadt? Wir müssen da sofort hin. Ja, in der Innenstadt. Also bei der Innenstadt, bei diesem Freizeitpark, da beim Becken. Da soll der sein. Wir müssen da sofort hinfliegen. Wir müssen da sofort hinfliegen. Wir müssen da sofort hinfliegen. Wir müssen da jetzt ein Tempel oder so gewesen, sehe ich gerade. Ich weiß gerade, Alter, was sind die für krassen Sachen noch? Auch Basterfälle und sowas, ne? Hä? Das heißt, vorsichtig. Oh mein Gott. Ganz vorsichtig. Ganz schön knapp. Das heißt, der Bloop ist anscheinend. Was machst du da? Flieger, vorsichtiger. Ja, ich bin ganz aufgeregt, sagen wir. Der wurde eben gerade gesehen. Mitten in der Nacht, oder was? Als ob der... Ja, mitten. Der kommt anscheinend nur nachts raus. Keine Ahnung. Auf einmal war der da. Ah, Leute. Oha. Mach schon die Augen auf. Der könnte jetzt hier schon unter uns sein, ne? Ich gucke gerade schon. Ich gucke gerade schon. In welchem Becken soll der denn gewesen sein? Hier vorne, genau zwölf Uhr vor uns jetzt. Am Hafen da unten. Zwölf Uhr vor uns. Hier auch, der ist bestimmt so groß, weil der wegen des Atomkraftwerks. Oh mein Gott! Hey, pass auf! Alter, was machst du? Hier unten jetzt, hier unten jetzt irgendwo. Was machst du denn? Ich lande, ich lande! Ich lande! Ey, Alter, Kaspar, nein! Wir sehen uns im Krankenhaus. Aua! Kaspar, ich bin zu Hause! Oma! Roxo, grüß dich, aber ich habe keine guten Neuigkeiten, muss ich sagen. Wieso das denn? Denn, ja, ja, ich weiß, ich weiß, wir zocken einfach gerne, aber Oma hat uns rausgeworfen. Wir müssen endlich Geld verdienen, sagt sie. Nein, das heißt, wir müssen jetzt unsere eigene Wohnung kaufen. Oh yes, so heißt das. Also, du machst doch nicht die Glopse kaputt, sag mal, Alter. Du, Oma! Ey! Aber, ey, also wenn ihr uns rauswirft, dann nehme ich aber mal einen Spielzeug-Ellikopter mit. Das mache ich aber. Ja, okay, okay. So, hier, guck mal. Ich muss noch irgendwas randalieren hier. Ich kriege ihn nicht durch die Tür. Wer hat dich helft hier? So, okay. Okay, ey. So, den nehme ich mit, ey. Den kriegt Oma nicht. So, den packe ich mir. Aber, weißt du was? Jetzt sind wir hier auf der Straße. Ich weiß nur, wie es ist zu zocken und jetzt müssen wir Geld verdienen. Wie sollen wir denn das machen? Ja, das habe ich auch nicht so wirklich viel Ahnung von, muss ich sagen. Ich kann mal erstmal gucken, was in der Nachbarschaft von mir geht. Vielleicht können wir so ein cooles Haus aussuchen. Hallo, hat dir jemand Geld vor uns? Kann ich hier für irgendwen den Rasen mähen? Stimmt, stimmt. Ey, guck mal, ist das hier? Hier ist ein Spielplatz sogar am Start. Auf dem Spiel hast du doch oft Geld verloren. Vielleicht können wir hier welche trinken. Warte mal, vielleicht ist hier irgendwas auf der Schaukel drauf. Oh, hey. Hey. Hast du den Überschlag? Yo. Yo. Yo, Kaspar. Alter. Alter, darf von Grant Hill Bart die Roller klauen? Ich glaube, lass ihn doch schnell klauen, okay? Lass ihn doch schnell klauen. Okay, komm, bevor er kommt. Schnapp in die Schaukel. Schnapp in die Schaukel. Oh, die Rollerwandte. Oh, ich habe den. Oh nein. Alter, den hier dran. Oh Gott. Warte mal, ich muss das schnell reparieren. Oh nein, ich habe nur die Datererlungen gefahren. Warte, ich repariere, ich denke, oh. Hey, au. Oh, 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 oh. Warte, ich stoppe es mit dem Rollerreifen. Pass auf, pass auf, pass auf. Aber alles gut, hier passiert gar nichts. Oh, du hast gestoppt. Ist schon aus, ist aus. Sehr gut, sehr gut. Okay, das heißt, wir müssen jetzt mal, lass mal auf der Map ganz kurz gucken. Ja, wir müssen rumfahren und. So eine Map und ich glaube, hier unten ist so ein Klamotplan. Bei dem Dollarzeichen? Bei dem Dollarzeichen, oder? Glaubst du oben beim Dollarzeichen? Ich glaube, ja unten, oder? Oder meinst du oben? Wir können auch, lass mal unten zum Dollarzeichen, zu diesem Markt. Okay, okay, let's go. Oder zu der Zeitung. Lass mal zu der Zeitung. Lass mal zu der Zeitung hingehen, genau. Okay, okay. Und dann fahren wir da jetzt mal ganz kurz hin. Okay, wir können einmal da Paper Round. Jump into Paper Gun und fire into Market. Okay, das heißt, wir können jetzt hier einen Job akzeptieren. Ich würde sagen, ich habe mich gerade dafür unterschrieben. Ich habe es auch gemacht. Was? Wohin? Zeitungen hinschießen irgendwo. In die Gärten schießen. In die Gärten schießen. Los. Yo, schießen. Da, genau. Ich habe aus Versehen die Zeitung dahin geschossen, wo die gar nicht wollen. Oh Gott. Egal, da schießt man doppelt zu viel hin, wenn die es nicht wollen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben schon vier. Wir haben vier. Oh Gott. Ey, ich habe die Laterne abgeschossen. Ich auch eben aus Versehen, warte. Ja, getroffen. Wir verlieren da hinten ganz viele. Ja. Oh Mann. Okay, pass auf. Oh nein, nein, nein. Hier. Hier. Ihr kriegt doch alle eure Zeitungen. Ist doch alles gut. Hier, ihr kriegt Zeitungen. Kein Problem. Hoppla, ich glaube, da hast du gerade ein Fenster getroffen oder so. Ehrlich? Okay, ich glaube, ja. Okay, warte mal. Uns fehlen noch zwölf Zeitungen. Bist du, äh, noch 13. Ach so, noch 13. Ich habe mich verlesen. Ich habe mich verlesen. Okay. So. Oh, da fährt ja hier einfach querfeldein. Sag mal, der Audi. Okay, so hier auch. Oh, ich habe die ganze Laterne mitgenommen. Das hat aber gereicht. Hier noch. Hier vorne? Ja, habe ich auch. Dann haben wir hier noch. Sehr gut. Dann hier hinten. Sag. Dann haben wir auch. Jetzt sind wir noch mittlerweile schon. Alter. Hier. Wo ging denn die hin? Oh Mist. Wo ging denn die hin? Huch. Was? Ich schieße dich ab. Ey, aufhören. Oh, ich bin im guten Flow. Ich bin sehr gut. Ich bin der beste Zeitungsausträger der Welt. Hier, zack. Das bist du gar nicht. Das bin ich. Ey, ich habe alle geschafft. Ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Warte mal. Auf das Auto. Auf das Auto mit seinem Sanctriahut. Attacke. 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 Oh. Was? Klamotten. Und Geld. Guck mal hier. Guck mal. Ja. Ja, sehr schön. Warte mal, können wir das Geld jetzt mitnehmen? Ja, wir müssen es zur Bank bringen. Stimmt. Nehmt mit das Geld. Okay, pass auf. Hier ist ein Geldautomat hier hinten. Komm mit. Okay, okay, okay. Warte mal. Dann nehmen wir da die 50 Dollar und packen jetzt am besten in unseren Automaten rein. Was machst du denn da? Jetzt packst du doch rein. Ich habe noch einen Fahrradhelm. Das ist das Postbotenoutfit. Guck mal hier, wie ich aussehe. Ich bin Zeitungsausträger geworden. Ich auch. Ja. Wo bist du? Komm, Partnerlook. Warte, warte. Ich gehe schon wieder nach draußen. Wo bist du? Ich bin auch draußen jetzt. Hi, bye. Yeah, hi, bye. Okay, aber das Ding ist, wir können ja mal ganz kurz die Preise angucken. Wie viel so ein Haus kostet, weil ich glaube, 185 Dollar für so ein Haus. Ich glaube, das reicht doch nicht so ganz, habe ich das Gefühl, oder? Ich glaube, die kosten hier ein bisschen mehr. Ja, glaube ich auch. Wir schauen mal hier. Tausend. Tausend, sagt der bei mir. Aber wenn man ein Haus hat, steht da, können wir das Haus als Spawnpunkt benutzen und ein Charakter besser kustomisieren und noch ein eigenes Fahrzeug haben. Ja. Aha. Ach, da steht es. Okay, tausend, okay. Okay, aber was genau, wie machen wir jetzt? Wollen wir doch irgendwie noch mehr Geld machen? Oder wollen wir uns neue Klamotten kaufen? Also ich würde sagen, warum hier war noch mehr Geld? Hier kann man anscheinend noch ganz kurz die Klamotten, glaube ich, kaufen, hier beim Schneider. Ja, aber wollen wir das dafür? Lass das Geld doch lieber sparen, oder was? Ja, nochmal. Ich möchte nur mal wissen, was er so für Klamotten hier hat. Kann man jetzt hier irgendwas noch aussuchen oder so? Alles mögliche hat der. Oha. Oder hier kann ich zu ihm gehen. 20% Rabatt sogar. Rudi, hast du Klamotten fresh, fresh vom Bazaar? Fresh. Hast du Klamotten für uns? Was sagt der denn? Äh, change the color. Hello. Hallo, man. Hello. Hello. What's up? Hello, äh, du, wir haben Klamotten. Ach so. You used to change the rooms. Okay, wir sollten also uns hier umkleiden. Genau, in die Umkleidereien. Okay. Ah, hier, guck mal. Ja. Yo. Okay. Was? Yo. Okay, pass auf, wir müssen, wir müssen uns eigentlich ein machen, der cool aussieht. Alter, das sind voll die coolen Outfits. Ähm. Stimmt, warte mal. Aber es kostet alles voll viel Geld, ne? Ja, es kostet schon ziemlich viel, muss ich sagen. Wollen wir es sparen, was meinst du? Ich würde sagen, wir sparen erstmal nochmal das Geld. Würde ich auch sagen. Wir können es da so machen, dass wir mal ganz kurz auf den Web gucken, was machst du an Jobs machen kann ich? Weil ich glaube, man konnte hier unten irgendwo auch noch, genau, ich glaube, man kann Haare schneiden oder sowas. Wollen wir mal Haare schneiden? Lass das machen. Okay, jetzt geh'n Haare schneiden. Okay, dann gehen wir jetzt zum Friseur. Sprichst du rauf hier? Komm, spring rauf. Was? Was, als ob das geht? Yo! Und yo! Okay, die Zeit! Die Gebrüder, die Gebrüder-Post! Du bist ein bisschen schwer, glaube ich. Ey! Ich glaube, du bist ein bisschen zu schwer. Du fährst einfach wie so eine Omi. Ja, okay, jetzt so. Let's go. Ja, vorsichtig. Das Strassenschild, das Auto. Alles gut, alles gut. Achtung! Yo! Du hast den Thron am Start. Wie cool ist das denn? Ja, lol! Damit kann ich rumfliegen. Yeewe! Hallo! Hey, wie cool ist das denn? Ey, deine Drohne sieht aus wie so ein Krebs. Deine auch wie so ein Krebs. Ach, meine sieht super aus. Warte mal, lass mal hier ins Einkaufsgeschäft rein. Okay. Hier ist die Tür. Mach mal auf da. Ich muss das Ding da mal ein bisschen parken. Äh, was kann man hier alles machen? Mach auf die Türen! Oh! Ey, Alter! Du bist da... Warte mal. Warte mal, pass auf. Ey, die Pferde! Wie die sich anhören! Ey! Mein schönes... Okay. Mein Arabella. Iiii! Iiii! Guck mal hier! Yo! De-de-de-de-de! Ist das hier safe? Oh! Oh! Yo! Warte, ich kann noch eine Bombe rausnehmen. Alter, aber bin ich durchgezogen! Hä? Warte, ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab noch eine Bombe hier am Start. Wie eine Bombe? Da liegt eine Bombe einfach... Ooooooooh! Da kommt die Bombe gebrochen! Ah! Die Bombe hat mich getroffen! Die hat mich einfach umgehauen, ey! Warte mal! Ey, ich will jetzt arbeiten, Mann! Let's go! Da vorne ist doch ein Megaschiff und so! Ey, wir müssen echt arbeiten gehen, Kasper, das geht so nicht. Ja, wir brauchen ein Haus, wir brauchen einen Job, Mann! Ey, was ist hier los? Pass auf, ich stappe hier ganz kurz... Kommen wir über die Brücke rüber, oder was? Ja, ich klaue hier vielleicht von jemandem das Auto, aber... Du klaust doch jetzt nicht! Du klaust doch jetzt! Also, ich schaff's zu Fuß, ich bin schneller als du! Oh, Gott, nein! Oh, nein! Ich nehm dich mit! Ich nehm dich mit! Aber ey, wir müssen hier... Wir müssen hier... Wir müssen hier... Wir müssen hier... Pizza wagen, ne? Jo! Was seh ich da rechts? Wie rechts? Guck mal nach rechts! Was? Oh mein Gott! Der Berg? Oh mein Gott! Ne Feuerwehr! Achso, die Feuerwehr! Guck mal! Ohoho! Wie cool! Ich dachte gerade, du meinst den Berg! Aber wir müssen erst mal... Wir wollen erst mal arbeiten! Ja, wir wollen erst mal arbeiten! Geld verdienen, um einiges Haus zu kaufen! Hier wahrscheinlich mit der Pizzeria, glaube ich, oder? Ja, lass mal reingehen und mal fragen, ob... Ich mein, wir sehen auch aus wie zwei junge Burschen... Wie junge Burschen, die Lust haben, Geld zu verdienen! Fabrizio, hast du eine Pizza? Hallo, willkommen zu Floppy Pizza! Äh... Okay, Anna! Accept Job! Let's go! Jo! Mann! Hey, willst du doch die Pizza mitnehmen, du Idiot? Doch, nein, ich Idiot! Ich hab's nicht! Okay, komm, nehm! Lauf, 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 lauf! Ah, Tür! So! Gib mir meine Pizza, gib mir meine! Ne, lass los! Lass los! Rein, rein, rein! Lass los! Okay, okay, ich fahr das Ding! Schmeiß rein, das Ding! Okay, 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 okay! Gib Gas! Gib Gas, Gas mal! 5 Sekunden! Ey, voll langsam, das Ding! 5, 5 Sekunden! Wohin, wohin? Wohin, weiß nicht wohin! Äh, drüben! Drüben! Och, nein! Und jetzt ist die Brücke oben! Nein, die Vollgas! Es geht Vollgas! Die Vollgas! Oh! Die Pizza! Die Pizza hat rausgefallen! Okay, 35 Sekunden! Du machst das! Schauen wir es noch! Oh, durch die Zäune! Nein, wir haben die Pizza verloren! Stop! Husi! Stop, 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 stop! Die Pizza, die Pizza, die Pizza, die Pizza! Husi, 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 Husi! Los, 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 los! Okay, gib Gummi! Okay, halt sie fest, halt sie fest! Gib Gummi! Ich halte mich am Auto fest unter der Pizza! Oh, 15 Sekunden! 13! Nein! Nein! Kaspar! Ich stehe! Bitte! Bitte! Nicht mehr weit, nicht mehr weit! Hier vorne ist es! Äh! Ja! Ja! Raus, 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 raus! Ich weiß nicht, ich komme nicht raus! Ich komme nicht raus! Nein! 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 Und wir sind fast da, Kaspar! Meine Sohlen! Beim Wasserpark! Oh! Mann, das hat so weh getan die ganze Zeit! Alter, ich musste mich die ganze Zeit festhalten! Willkommen! Wir haben es endlich geschafft! Das war so ein langer Weg! Aber wir sind jetzt endlich bei der Wasserpark-Insel! Ja! Wir sind endlich drin und gucken, wie cool das alles aussieht! Oh mein Gott! Ich wollte nicht vorne! Wir hätten mir so viele Sachen hier machen können, ne? Rutschen, Achterbahnen! Lass, 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 lass nachher aber auch mit der krassesten Rutsche, siehst du da hinten, die blaue? Guck mal, lass, komm mal da hinten hin! Boah, aua! Ja, ja, ich sehe, ne? Ja, ja! Das ist die klasse Rutsche hier im Park! Wollen wir die nachher machen, Alter, oder wollen wir die nicht machen? Ja, auf jeden Fall! Wir machen heute, wir werden heute 24 Stunden im Wasserpark verbringen! Und ich sage es dir, können wir auch in die Häuser reingehen hier? Das wäre richtig cool! Ne, ich glaube nicht, aber können wir hier mit diesen Rutsche? Die sind nur abgeschlossen, denn ich habe nämlich ja extra wirklich den Wasserpark gemietet! Alter, richtig korrekt von dir! Und pass auf, wir können auch, wir können auch jetzt hier mit einem coolen kleinen Mobil uns ein bisschen fortbewegen, so... Oh, holst du mir auch noch eins? Ach, willst du auch noch eins haben? Okay, ja! Ich hole auch noch eins, oder? Ich hole mir auch noch eins, dann hole ich mir ein eigenes! Ja, hier, 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 ich habe das schon für dich, so! Okay, okay, okay! Okay, und dann können wir mit den coolen, äh, mobilen... Ja! Durch den Wasserpark durch coolen! Glaubst du, ich kann mit dem Ding auf die Rutsche hochfahren? Ey, das... Oh mein Gott! Oh mein Gott, glaubst du, ich kann die Rutsche hochfahren? Ey! Da! Nein! Komm mal rein, Alter! Okay, warte, unten, ich komme runtergefahren! Okay, warte, 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 okay, gib voll, Gummimmi! Okay, bist du bereit, bist du bereit? Warte, warte! Hier, so einer hoch und kurz drehen, zack! Okay, es geht los! Okay, okay, Gummimmi! Oh Gott, ich crash, ich fahr die Rote runter! Okay! Oh, das ist knapp! Ja, und los geht's! Oh mein Gott, bin ich schnell! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, was war denn das gerade? Okay, okay, das sah mir schon mal eigentlich sehr, sehr gut aus. Ich glaube, ich muss erst mal ganz kurz auf die Toilette gehen, ne? Ich sag mal ganz kurz hier auf die Toilette, so, wir sehen uns gleich wieder, ich gehe hinter. Ah, mein Kopf ist zu dick! Du Ferkel! Du Ferkel! Hör auf damit! Okay, 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 pass auf, lass mal ganz kurz hier vorne, ähm, zu der Dingsrutsche gehen, zu der schwarzen Rutsche. Das ist der Braun, das ist noch die Harte, pass auf, ich erklär dir ein bisschen, ja? Ja, erklär mal, ja. Das ist die Babyrutsche, das ist grad mal Level 1, also das sollte jeder schaffen eigentlich. Hast du eine Babyrutsche, du bist auch so eine Babyrutsche. Das ist eine Babyrutsche, also die Anfängerrutsche, ne? Der Motorrad ist schon fast kaputt, ne? Das ist am Qualm, wollte ich nur so gesagt haben. Das ist gar nicht kaputt, das ist ja nagelneu gekauft. So, das Ding ist, pass auf, wir haben jetzt hier so eine coole Bootrutsche, das ist ja, mit so einem Boot kommen wir jetzt hier runter. Und deswegen, wenn wir jetzt hier gleich ganz oben sind, aber das ist ja auch fast geschafft haben, und zwar hier, können wir jetzt theoretisch, ja, mit so einem kleinen Boot, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, und Oh mein Gott, nein, was machst du? Okay, warte, das fährt jetzt ohne mich. Oh, du musst weiter zurück, du musst weiter zurück, ich muss weiter zurück, okay, okay, pass auf. Ich mach mich hier schon mal ready, ich mach mich hier schon mal ready. Oh Gott, Hilfe! Oh Gott, Kaspar. Und zahlst du nur auf. Wo ist das Teil, wo ist das Teil? Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, komm rein, komm rein, halt dich halt. Hey, oh Gott. Ja, es geht los. Oh Gott. Oh mein Gott. Yeah, was kommt hier, wie ich war das, guck mal. Wir sind, oh. Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist das denn, das ist ein Teil? Ich halte an. Oh nein. Ich halte an. Ich rutsche. Du bist rausgeflogen, was? Unfall. Alter. Unfall. Du bist ja rausgeflogen und, oh. Unfall. Ich brauch ganz schnell medizinische Hilfe, du musst mit einem Greifzahn, mit so einem Greifhacken nicht hochholen, das Ding ist zu schwer. Warte, 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 ich komme, ich komme. Hast du einen Kran? Hast du einen Kran? Nein, nicht mit dem Dynamit. Ich hab einen Kran. Nicht mit dem Dynamit. Kein Problem, Kaspar. Doch nicht so. Doch nicht so. Oh nein. Oh nein. Warte. Oh nein. Oh. Oh. Du bist ja richtig schlecht. Oh, Notarzt. Notarzt. Du bist ja richtig schlecht. Okay, warte, warte, ich komme. Hast du keinen Kran? Du hast aber schon auch so einen Kran. Warte, ich komme. So. Sekunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das brauch ich auch. Ich bin hier aber leider noch unten zwischen eingeklemmt. Du musst dich hier noch befreien. Ja, ich werde dich befreien. Keine Sorge. Ich werde ganz kurz hier einmal... Mach mal. Einmal... Du fährst ja schon ins Wasser rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh mein Gott. Danke. Okay, warte. Hilfe. Alter. Es ist doch schlimmer. Du hast es doch schlimmer gemacht. Warte. Warte. Alter, ich habe einen Genick brucht. Oh. Alter, was wird dir denn da los? Alter, die Kran ist jetzt der Krankenwagen. Der kann nicht mehr fahren. Doch, der wäre am Kopf. Komm, damit fahren wir zum nächsten Rutsche. Dann fahren wir zum nächsten Rutsche. Warte, ich steige hinten ein. Ich steige hinten ein. So. Okay, okay. Da oben. Hier oben, ja? Was sind das da? Bälle oben? Oh mein Gott. Oha. Tunnelrutsche, oder? Wir sind echt... Alter, was machst du denn? Der qualmt jetzt schon. Ey, das ist eigentlich so eine enge Tunnelrutsche oder so, ne? Das sieht ja richtig cool aus. Mitternachtsrutsche. Das sieht krass aus. Oh Gott. Siehst du, wie hoch das ist? Ich habe keinen Bock zu laufen. Ich habe eh Probleme mit den Beinen. Deswegen würde ich sagen... Hulchen mal ganz kurz. Zack. Ich fliege. Hä? Wie machst du das denn? Ich fliege. Ich fliege auch. Warte. Oh Gott. Ach so. Ey, hau mich ab. Nein. Oh Gott, pass auf. Hau mich ab. Ey. Was machst du denn? Mann, ey. Bro, ich wollte das Ding an Ruhe landen. Oh, oh. Ich bin ja an so einem Baum ange... Ich kann mich nicht bewegen. Ich muss auch Superkräfte aktivieren. Ich fliege hoch. Mach platt. Mach platt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Wo bist du? Wo bist du? Okay, warte. Ich muss Noclip aktivieren. Oh mein Gott. Ich sehe dich da. Jetzt komm ran hier. Ich komm noch. Ja, ja. Sehr gut. Alter, mit dem Flugzeug. Kann man einfach rumfliegen. Wir müssen jetzt für eine Rutsche entscheiden. Welche Rutsche nehmen. Die rote, die schwarze und die weiße. Ich will die rote nehmen. Ich bin ein Olympischfarbees rot. Aber ich traue mir nicht alleine runter zu rutschen. Deswegen, ich muss da ganz kurz... Du sollst euch mitkommen, oder was? Das ist ja korrekt von dir. Ne, ich nehme jetzt hier... Ach so. Na gut, ich helfe dir. Ich helfe dir. Hier, warte. Ich traue mich nur mit Quali zu rutschen. Ja, ich habe hier einen Stittenfisch für dich. So. Okay, geh rein, geh rein. Ich schweiß sie dir rein. Ich schweiß sie dir rein. Zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Ja. Hinterher. Oh. Ich sehe dich rutschen. Oh mein Gott. Ich sehe sie unter mir rutschen. Ich auch. Ich habe so eine Glasmutsche hier. Ich sehe dich hinter mir auch. Du rutschst. Ja, ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Au. Oh Gott, aua. Oh Gott. Au. Au. Das hat wehgetan, aber das hat Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Okay, pass auf. Wir brauchen ein neues Gefährt. Wir müssen ihn irgendwie weg haben. Hey. Hau rein. Klaus in deinem Auto. Okay, warte ich mal auf eins. Das ist jetzt meins. So, dann lass mal. Ich habe Lust. Ey, nein. Oh mein Gott. Guck mal, da hinten was da noch alles ist. Ey, da hast du eine mit so einem Treffer. Oh, ein Looping. Was ist hier alles noch? Oh mein Gott. Hilfe. Oh mein Gott. Ich war jetzt riesig noch. Sie dreht sich gerade auf. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Oh Gott. Hilfe, komm mal. Hilfe, hör auf. Ich warte, ich ramme dich. Ramme dich bitte. Ich helfe dich. Alter, das Ding ist voll langsam hier hoch. Danke. Danke, danke, danke. Okay, komm, lass uns mit dem Trichter gehen, oder? Die sieht krass aus. Mit dem Trichter? Oder willst du Schiffs schaukeln? Hier links, hier links. Die große mit dem Trichter. Hier siehst du ihn nicht? Wo denn? Ach, da. Oh mein Gott. Der gelbe Trichter, die sieht doch voll krass aus. Hey, warte, wir können hier was kaufen. Hier ist eine Bakery oder sowas. Hey, ich habe keinen Hunger. Das kommt alles wieder raus, wenn ich mehr da was kaufe. Aber das Problem ist, wir haben ja den Park gemietet. Das heißt, leider ist jetzt gerade keiner da, der uns bedienen kann. Das ist links gesetzt. Okay, warte mal. Wir müssen wieder einen Weg nach oben finden. Ich habe auch schon... Warte mal, ich habe eine Idee, okay? Jetzt mal was ein bisschen... Ich sage mal, so der untypische Weg zu reisen, okay? Der untypische Weg? Was ist denn das? Ist das ein UFO? Ein UFO! Au! Gott, das Ding ist ein bisschen schwer. Alter, warum hast du denn... Ey, komm mal! Okay. Nein. Ich hole dich nach oben. Nein. Ich hole dich nach oben, alles gut. Nein. Oh Gott, und jetzt lauf mit dir da. Oh Gott, du hast mich unter das Ding gequetscht. Oh nein. Alter. Warte, ich komme mit dem eigenen. Ich komme mit dem eigenen, alles gut. Danke für deine tolle Hilfe. Ich dachte eigentlich, ich könnte... Da versuchst du es nicht wirklich mit so einem Ding, ne? Wieso? Okay, okay, okay. Kann ich das Ding auch aufsaugen? Der kommt gerade runter. So. Kann ich das Ding saugen? Alter! Nein! Alter! Oh nein! Ey, das ist nicht dein Ernst. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier, ganz hinten jetzt. Oh mein Gott! Bist du noch im Luftballon? Guck mal, wie der schwebt. So, warte. Warte, ich sammle dich ein, ich sammle dich ein. Nein, nein, nein. Bleib mir bloß entfernt. Aha. Mit dem Jet da unten willst du fliegen. Hau ab! Ja, komm schon! Nein, du bist zu schnell. Ey, du kannst doch schießen damit, oder? Kannst du damit schießen mit dem Jet? Ah, Alter! Junge, war das knapp. Ufo ist weg! Okay, ich geh raus. Oh Gott! Oh mein Gott! Wo bist du? Ich rutsche aus Versehen schon runter! Nein! Okay, warte, ich komme. Komm schon noch rum, komm schon noch rum. Ich halte mich hier gerade fest. Ich komme mit Noclip. Oh Gott, mir geht es gar nicht. Oh Gott, mir geht es gar nicht. Halt mich, bitte! Ich kann mich... Ich kann mich nicht sehr lange halten. Du musst jetzt wirklich langsam kommen. Ja, ich bin schon auf dem Weg jetzt gerade. Alter, das Ufo ist hier einfach rum. Ich komme doch gerade. Hier unten bin ich. Ich rutsche, schossicht. So, warte. Oh. So. Okay. Bitte, du musst langsam mir helfen. Ich komme doch. Immer mit der Ruhe hier. So. Wo bleibst du? Ich bin auf dem Weg. Ich will doch im Auto. Du fährst doch nicht einfach mit dem Auto in der Rutsche. Du fährst doch nicht einfach mit dem Auto in der Rutsche. Ich will im Auto. Oh mein... Au! Einfach stehen. Ich will mitfahren. Ich will mitfahren. Ach ja, das ist die zweite Zahl. Steck ein. Oh. Okay. Oh mein Gott. Looping. Wow. Oh mein Gott, ist das krass. Okay, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Oh. Und wieder rüber. Hier, ja. Wow. Und raus, und raus, und raus, und raus. Oh Gott. Oh Gott. Okay, warte. Alter, das Piratenschiff sieht richtig cool aus. Okay, pass auf. Hau rein. Nein. Ich brauche irgendwie einen Boost. Warte mal, ich habe eine Idee. Au. Zack. Au, 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 au. Ich bin runtergefallen. Wieso kann ich mir keine Bombe spawnen? Tja. Wuhu. Tja, Kollege. Das ist ja natürlich. Ich komme. Wuhu. So, zack. Da bin ich wieder. Wenn du raus... Geh weg damit. Hey. Geh weg damit. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga. Ich stehe auf deinem Luftballon. Ich bin auf deinem Heistkippballon gelandet. Lass mal, äh, lass mal so ein Ding erzählen. Oh mein Gott, hast du diese Haare? Lass mal richtig steile. Wo? Siehst du die richtig steile, die richtig schnelle? Hier, die orangene da. Die orangene. Okay, einsteigen. Die richtig schnell runtergeht. Einsteigen, sage ich hier nur. Ne, bevor ich jetzt anders überlege. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. So. Oh Gott. Weißt du überhaupt, wie man so ein Ding steuert? Ich glaube. Vielleicht. Ja, machst du schon ganz gut, machst du ganz gut, ja? Ja? Ich glaube, ungefähr. So. Ja, ja, dann passt das, ja? Alter. Gott, Gott, Gott. Ich habe dich genau gesehen gerade. Was ist denn los? Dass du da Bomben spawnst. Ich mache gar nichts. Ey, auch. Oh mein Gott, Digga. Wie der Bombenregen. Wer auch? Die spawnen nicht. Explanieren sie? Oh Gott, nein. Okay, wir haben es geschafft. Ja, 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 ja. Bist du ready? Okay. So. Oh mein Gott. Jawoll. Alter, wie perfekt. Wie perfekt. Das ist doch richtig perfekt. Guck mal. Oh mein Gott. Hä? Abgeparkt. Wie ein Profi. Angestellt. Okay, was auch, wer ist hier? Wir sind zu hoch. Ehrlich, eins hoch? Okay. Ja, eins hoch. Oh, durchgrätschen. So. Oh, jetzt fällt er runter. Jetzt fällt er runter. Okay. Die orangene, die orangene war es, ne? Ja, die orangene war die schnelle. Ich brauche auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Dann setze ich mal auf. Warte. 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 Okay, schieb mich ein. Oh mein Gott. Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ja, sieh. Okay, warte mal. Was haben wir hier? Hä? Hier ist der. Oh mein Gott. Was ist denn das? Wo bist du? Was ist denn das? Oh mein Gott. Oh. Hey. Oh. Stehbleiben. Hier ist die Wasserbombenpolizei. Yo. Ich bin oben drauf. Wo bist du? Ich bin oben drauf. Nein. Nein. No way. Danke. Hast du ein Seil? Kannst du ein Seil spawnen? Ein Seil? Das ist ja krass. Ich guck mal. Warte mal. Ein Seil oder so. Dass du mich so hochziehen kannst. Hier. Ich hätte was ähnliches. Hier. Pass auf. Warte. Hä? Ich probiere es ein bisschen anders. Ah. Alter, das ist ein Hüpf-Pokesball. Das traue ich jetzt nicht. Ich versuche es einfach so. Warte mal. Pass auf. Was hast du da gerade drunter geworfen? Oh. Nein. So knapp. Aua. Alter, ich bin so weit oben schon. Komm rein hier. Als ob das geht. Oh oh. Auf. Du schiebst hier auf. Auf doch. Okay. Ich komme. Oh. Ja. Okay. Ich bin gleich schon oben. Ich bin gleich schon oben. Noch einmal. So. Oh mein. Hey, Digga. Wie kann. Lass mich. Wie kann man so unkorrekt sein? Ey. Ja. Oh mein Gott. Ja. Okay. Pass auf. Warte. Ja. Ja. Bitte. Alter, du weißt ja gar nicht, wie man damit zielt. Okay. Nochmal. Und jetzt. Bitte nach oben. Bitte nach oben. Bitte nach oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Wie kann man so korrekt sein? Nein. Aber ich komme nicht drauf. Oh mein Gott. Jetzt aber. Jetzt aber. Okay. Nein. Wofür fliege ich hier hin, Digga? Ähm. Rieke. Ja. Ich muss jetzt einfach ganz kurz. Nix. So. Was hast du dir genommen? Nein. Ey. Der ist explodiert direkt. Okay. Landen. Ey. Der explodiert doch direkt. Ich bin jetzt. Ich muss jetzt Profilandung. Ey. So wirklich. Kannst du dich einsammeln? Du musst dich einsammeln. Nein. Siehst du aus? Ich halte mich unten drunter fest. Land noch mal kurz. Nein. Okay. Oder so. Nein. Oh mein Gott. Warte. Ich hole mir ganz kurz einen Hotdog. Halt dich fest. Halt dich fest. Warte. Bist du ready? Abflug, ne? Ich sag's nur. Am Flügel. Außen am Flügel. Oh nein. Wie fliegt man denn damit? Oh oh. Alter, das ist ja richtig gerade Rutsch. Die sieht krass aus. Hä? 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 Hilfe. Oh Gott. Ich werde... Hey, wo bin ich? Oh mein Gott. Wo bin ich? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Warte, warte. Ich land das Teil. Halt dich erst. Halt dich erst. Halt dich erst. Warte, ich land jetzt. Ich land. Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Au. Oh mein Gott. Ich will genau wo anstecken gelandet. Alter, hier ist... Okay, wir müssen es mit den Rutschen lassen. Lass uns den Kassel ausprobieren. Lass Dingens. Lass, äh, kurz Noclip hoch. Willst du schneiden da hinten? Ne, hier Noclip hoch. Niii. 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 Fliegen. Mann, ich will auf jeden Fall das Boot haben. Oh mein Gott, da ist so ein Fallturm sehe ich jetzt gerade, ne? Willst du mal mit so einem... Ja, so einem Powertower oder sowas, ne? Ja. Willst du mit dem Boot mal die Rutsche runterfahren? Das wäre auch krass. Jaja, ich will jetzt hier... Warte mal. Mit so einem richtigen Boot. Mit so einer Lebenshüde. Mit so einer Lebenshüde. Äh... So, Boot. Mit Jetski. Äh, was nehm ich mir mal? Ähm... Warte. Nehm ich dir mal. Sag mal, was hast du denn da? Ja. Guck, 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 guck. Hihi. 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 Jaaa. Nein. Jaaa. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo bist du? Hilfe. Wo bist du? Ah. Oh, verdammt. Es hat mein Jetski ausgenockt. Es hat mein Jetski ausgenockt. Es hat mein Jetski ausgenockt. Ich komm, die grüne Rutsche runter jetzt. Die grüne? Ja, guck hin. Warte. Wow. Jaau. Guck hin. Wo bist du denn? Hier in der Grün. Hier in der Grün. Hahaha. Was sind das denn denn das Boot? Alter. Ja, Mann. Das ist ein richtiger Tanker. Alter, das ist aber langsam. Das ist aber richtig langsam. Okay, komm, lass uns mal zu dieser krassen Rutsche da hinten gehen. Äh, ja, warte mal. Okay. Okay. Ah. Okay. Wenn man möchte, kann man jetzt mitfliegen. Äh. Was hast du da? Wenn man möchte, kann man sich jetzt festhalten. Okay, warte. Alles zum Abflug bereit? Oh Gott. Oh Gott. Es geht los. Oh Gott, das ist gar nicht sicher. Ey. Oh Gott. Was machst du? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, ich mach den nicht so langsam. Nein, ist die. Alter, was ist denn das für krasse Rutsche noch? Oh Gott. Was machst du denn? Ja. Ich muss hier langsam. Ist hier ein ganzer Wasserpark. Oh. Ich muss im richtigen Moment loslassen. Oh. 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 Oh Gott. Oh. Wir brauchen Helikopter oder sowas. Wir brauchen Helikopter. Das weiß ich ja. Ich hole einen. Okay. Äh. Wir nehmen mal ganz kurz den hier. Hahaha. Ja, das hat ja toll funktioniert. Haben wir ja gerade denselben gespawnt? Ja, genau die gleiche. Ja, ich weiß. Der spawnt zu hoch. Hä? Der explodiert die ganze Zeit, wenn du ihn spawnst. Okay, dann nehmen wir den hier. Ah. Das kann ich nicht glauben. Hallo? Ja. Ja. Ist das nicht dein Ernst? Haha, nein. Ich wollte es wissen. Ey, Mann. Ey, warte mal. Jetzt wo ich im Wasser bin, könnte ich mir doch eigentlich ein Wasserflugzeug holen. Theoretisch ja. Das bringt nichts. Warte, ich hole null clip. Null clip. So. So. Ich bin da. Wo bist du? Oh mein Gott. Kannst du mich noch einsammeln? Ach, Digga. Okay, ich mach einen O-Clip. Ey, wie weit fliegst du? Wie weit fliegst du? Ich komm. Ich komm zum Dingens. So, warte mal. Ich hab mir auch geflogen. Neeeeee. Ey, diese eine Steine rutsch. Die sieht so hardcore krass aus. Guck dir das mal an. Wo ist du denn? Ja, safe. Und dann auch unten mit dem Looping. Ja, ich brauch noch kurz hier. Wie langsam. Hä? Wieso bist du so schnell? Ach, du hast dich schnell gemacht. Ey, wie kann man sich schnell nochmal schnell machen? Hier. So. Noclip. Muss ich ein bisschen langsamer wieder machen? Ne, mach dich richtig richtig schnell. Komm, wir machen uns mal richtig richtig schnell. Nein, nein. Ich bin doch zu schnell. Dann fahren wir die Rutsche. Dann fahren wir die Rutsche ganz, ganz schnell runter. Weißt du? Nein. Hängt sie fest? In Vollspeed. Jetzt bin ich zu langsam. Ey. Okay. Hallo. Stopp das. Ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann es versuchen festzuhalten. Wo soll ich wissen? Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf damit. Äh. Au. Au. Ich bin ein Kind eingequetscht hier. Bitte helfen. Danke. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay. So passt das. Ganz langsam nach oben jetzt. Äh. Geh weg. Geh weg. Du gehst sofort weg mit dem Dynamit. Hör auf damit. Komm her. Ich mein es nicht böse, aber geh weg damit. Ich will jetzt hier nicht den Weg nochmal nach oben laufen. Komm her. Lass das Dynamit da liegen. Oh nein. Komm her. Oh nein. Oh nein. Jäger oder Gejagter. Ja, ja. Alter, was machst du denn da? Alter, was machst du denn da? Wie kann ich dich so krass ausgetrickst haben? Hä? Ich seh dich noch unten. Hä? Wie du siehst mich noch? Hä? Du bist doch runtergesprungen. Ich bin ganz runtergefallen. Also echt. Nein. 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 Da wo bist du? Haha. Haha. Oh nein. Haha. Nein. Hör auf damit. Ich fall schon wieder runter. Ja, was machst du denn? Okay, ich hole mir jetzt. Oh, der ist zu schnell die ganze Zeit für mich. Der ist zu schnell. Ich komm hoch, ich komm hoch. Okay, so warte. Ich hole mir jetzt ein neues Fahrzeug. Äh. So, zack. Passt das? Das passt nicht. Oh mein Gott, das passt genau. Das passt perfekt. Bist du ready? Ne, okay, das passt nicht. Das passt nicht. Nein, nein. Oh mein Gott, Alter. Yo. Okay, okay, nicht schlecht. Okay, warte mal. Jetzt bist du ready mit Anlauf. Okay. Ich bin ready mit Anlauf. Und? Warte, 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 warte. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich bin schon. Oh Gott. Oh mein Gott. Let's go. Oh mein Gott, ich rutsche mit der Bombe. Wie geht das hier? Nein. Oh mein Gott. Yo. Am Ziel. Juhu. Ich bin draufgegangen. Ich häng jetzt fest. Das schlimmste Albtraum wie den Rutschen. Ich komm nicht weiter. Nein. Das schaffst du. Du musst laufen. Du musst laufen einfach. Lauf immer ein bisschen. So. Zack, Zack, Zack. So. Huiiii. Juhu. Oh, grad so geschafft. Juhu. Nein. Ja. Ah. Ja. Alter. Ja. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Alter, was war das für eine Explosion. Das waren ganz richtig viele Bomben, ne? Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga. Ich bin aus dem Park was rausge... Okay, hier kann ich bleiben. Juhu. Das war das absolute Silvesterfeuerwerk. Juhu. Vor dem ultimativen Wasserpark. Juhu. Yeah. Das war's gewesen, Freunde. Wenn ihr davon mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut euch das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Auf drei bis morgen. Ciao, ciao.